Das Schlimmste, was sich meine Kinder damals vorstellen konnten, war eingetreten. Hegasus ist weg! Also, zum letzten Mal. Wo ist das Pferd? Wir wollten das Pferd stählen, aber es hat sich plötzlich in Luft ausgelöst. Und wie kommen wir da jetzt runter? Du bist doch keinen anderen Weg. Nora! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020